Ich meine, ich müsste bei denen eigentlich Fall und Bogen einsetzen. Ich glaube, das war bei denen ein kleiner Trick oder sowas. Oh nein, oh nein, nicht die Spinne. Ich glaube, ich Spinne. Ja, komm. Ich mach mal dein Auge ein bisschen größer auf hier. Einmal. Ah, daneben. Ich Spinne ist gar nicht so schwer, ne? Aber ich muss das ja unbedingt hier immer vergeigen. Ah, in die falsche Richtung geschossen. Panisch erstmal woanders hinschießen. Ja, super. War ich nicht in der richtigen Linie hier? Ich hoffe auf meine Linie. Wie, du hältst mehr als zwei Schüsse aus? Was ist denn da los? Ist jetzt mal gut? Ja, geht doch. Ah, okay. Spektakel Rock ist an entrance to death. Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, hier waren wir vorhin, ne? Hier sind wir, glaube ich, auf die Tür reingekommen. Kann das sein? Ja. Okay. Nein, immerhin. Hallo. Zuhaut. Wieso funktioniert mir jetzt schon wieder zuhaut nicht? Ich verstehe es nicht. Ich fühle mein Herz. Was meinen Namen trägt. War klar. Pfeile sind also auch Bullshit bei denen. Bei denen ist wirklich nur Nahkampf von hinten, von der Seite. Ja. So. Der ist weg. Jetzt mal hier die Munien kurz. Oder sowas. Geht auch. Geht doch. Dann nehmen wir mal kurz ne Bombe hier in die Hand. Spielen wie der Terrorist. Und machen hier erstmal radikale Umstrukturierung. Okay, bringt nix. Na also Terrorismus ist nicht gut. Seht es, Wände sind stabil. Ach du Scheiße. Warum? 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 Ich hab euch nichts getan. Warum? Ja, dreh dich immer um. Weißt du, wenn ich dann gerade da bin. Ist nicht wahr. Im Ernst. Muss nicht sein. Ein Herz. Für mich. Wie auch immer ich den jetzt getroffen hab. Ich hab keine Ahnung. Ach komm. Jetzt ist gut. Ja, nur zwei Herzen. Das ist nicht wirklich viel, ne? Seht ihr auch eine? So, wo kommen wir hier hin? Das sieht nach nem Eingang so irgendwo hin aus. Ich bin weg, ihr Loschen. Ich bin weg. Ich hätte mir vielleicht ne Potion irgendwo kaufen sollen. Aber, ne. Ne, ne. Das wär zu einfach. Ja, frisst mich die Fledermaus hier noch auf, oder was? Ach du Kacke. Wir sind so kurz vor Boss-Time. Oh Gott. Ja, äh. Muss ich jetzt hier einmal rumrennen, damit ich jetzt hier einmal Schaden auf das Ding da machen kann. So, meins. Nein, ich will heute nicht nach meins. So. Kommen wir denn schon zum Boss? Ich glaube nicht. Nicht so viel von Pupadukerheit. Ach du Kacke. Einer weniger. Ja, schön. An denen hier zumindest, weißt du, die halten nur einen Schlag aus. Nicht wie die anderen mehr. Ja. Ja, jetzt ist gut. Ich könnte auch einfach natürlich weitergehen, aber naja. Sie können ja immer noch hier Heil-Items droppen und mir natürlich schädigen. Bis aufs Knochenmark. Was haben wir denn hier? Tenth Enemy. Das ist super. Mhm. Zehnter Gegner hat eine Bombe. Okay. Gut, verstehe ich. Nicht. So, machen wir einmal hier ein Loch. Oh. Das ist tatsächlich nur noch. Wow. Und das sieht nach Bossraum aus. Oh nein. Auch noch so ein Penner. Oh nein. Oh. Oh. So viele Köpfe. So viel. So viel Tod und Verderben. Das war die falsche Richtung. Die sind dagegen immun. Aber... Ich bin tot. Aber wir haben den Weg freigemacht. Das müsste ich halt nur noch irgendwie mal... ...Heil-Items kriegen und sowas. müsste ich jetzt mal shoppen gehen danke für die bomben ich will aber immer noch was zum heilen heilung lauf natürlich rein intelligent wie ich bin hier ist niemand drin ist auch immer gut da haben wir bestimmt auch niemanden dann mal woanders ist man hier so lange ist auch immer noch verkehrt jetzt ist gut hier wie viele noch meine herren hier also wirklich und das ist halt wieder so was weiß er muss halt einen typischen farm halt für trank hier und sowas alles was halt gerne brauchst zwischendurch halt noch mal zu fehlen quelle hin und sowas ja muss auch sein was muss das muss man kennt das ja jetzt hätte ich jetzt mitnehmen können aber ich gehe eh gleich zu fehlen können den luxus gönne ich mir hier war doch eine alte dame 68 als kann ich mir leisten für einen großen heiltrank ich weiß gegen so eine hydra drachengedöns haben wir schon mal gekämpft aber ne weil ich so scheiße bin sterbe ich auch schon öfter war wir hätten noch eine andere fehlen die nächste eigentlich in der nähe von den dann schauen müssen wir nicht so viel in die andere richtung gehen und ja nur wieder finden das war muss man ein kleines stückchen laufen das wird schon aber dafür auch wieder in jenen gegner erstmal rein den rupi wollte er nicht einsameln warum auch immer weil ich einfach nicht vernünftig drüber gelaufen bin oder sowas hier ist irgendwo auf der rechten seite in richtung wüste oder so ähnlich derzeit kriege ich wahrscheinlich genug herzen von den 08 15 gegnern befürchte ich jetzt einfach mal das ist nicht die wüste schick dich in die wüste das glaube ich war das hier irgendwo geht das gesuche wieder los nein hier auch nicht so groß ist doch das gebiet hier nicht im ernst da ist der dungeon weißt du was dann kann ich hier auch gleich hier einfach mal den hier machen und einfach hier alles töten da habe ich mehr chancen irgendwie am maximum leben zu kommen als jetzt so ist da trock nämlich schon eine Fee die schneller ist als ich oder ich bin zu blöd sie einzusammeln hab du auch weg schön ist ja wir müssen ja nicht mehr alles töten was wir jetzt da im tempel haben wir müssen ja nicht mehr jede ecke hier durchsuchen muss halt jetzt nur noch den weg finden wieder nach da hinten zurück ja ich muss mich auch wieder von allem treffen lassen von allem geh doch wieder hier lang naja ja da da warte oktoberock hier auch nochmal und auch ein Herz drin sehr schön immerhin schutzt mich nicht hier von A nach B ja das finde ich nicht nett so dann können wir schon wieder richtung dann schon noch nach gehen halt ab mehr Rupees mehr Rupees Aua Mensch ist nicht nett Merns ist echt nicht nett Blut hat auch niemand gesagt dass die nett sind ne Aua jetzt ist gut ich habe schon wieder zwei Herzen verloren von nichts und wieder nichts ist doch nicht wahr warte wir sind hier falsch ich muss die hier rechts abbiegen den unendlichen Wäldern mit zwei Herzen weniger kann man da nur noch reingehen Hau ab doch nochmal weil es so schön ist ja bitte Bomben yay so entblicken wir die da hinten nochmal weil es so schön ist vielleicht trinken die ja ein paar Herzen nein auch nicht Saftsäcke ok gut gehen wir rein gehen wir noch ein paar Meter hier wir wissen ja wir wissen ja was wir so ungefähr zu tun haben wir müssen ja nicht mal an jeder Ecke hier Schaden kriegen gut an so einer Ecke vielleicht ja gleich erstmal wieder Maximum Damage ist es denn wahr so ich habe den ersten getroffen wow auch noch nicht getötet alter ich hasse es so einer weniger ein Herz wow toll ich hasse euch das ist auch eine fiese Kombo die Mistdinger und halt die Geschützer links und rechts und überall so wo war das jetzt war das jetzt hier hoch ich glaube ja es war glaube ich sogar da hoch ach ja jetzt geht das schon wieder los ich glaube hier musste ich durch ne da füllt kein Weg dran vorbei was warum ich eingesammelt habe ich habe keine Ahnung ach komm naja immerhin droppen sie auch manchmal mal ein paar Herzen man verliert mehr als man hier gedroppt bekommt und manchmal sind sie ja dann doch schon fast sozial nur fast so dann gehen wir das durch genau ich erinnere mich okay jedesmal wenn ich von diesen Elektrobolts getroffen werde bekomme ich halt dann so einen kleinen Debuff ich wollte ja irgendwann mein Schwert nicht zucken darf anscheinend oh warte 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 nein das war verkehrt ich wollte den Bogen komm 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 her Mist so warte 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 komm her da komm her da zack alles meins alles meins nehmen wir mal einen Bumerang hier kurz damit wir es hier schnell einsammeln können und dann gehen wir wieder weg naja dann kann ich ja nix dann bin ich einfach wieder weg einfach so oh da kann ich doch einfach durch ne genau da haben wir ja was da haben wir ja was ja komm 10. Gegner und so ich weiß so jetzt aber erstmal hier zum Drachen hin zwischendurch halt ne Potion nehmen das wär echt super aber vielleicht brauchen wir auch keine ne brauchen wir nicht ne brauchen wir nicht ok und da natürlich den letzten Herzcontainer mitnehmen ja 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 das letzte stück des Zweifels ja 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 so und damit hätten wir das dann auch geklärt dann können wir jetzt hier frohen mooters Richtung letzten dungeon gehen aber vorher werde ich dann gleich noch mal aufnahmepause machen Na, einfach nochmal hier kurz irgendwo hinstellen, wo ich da in Sicherheit bin, wo ich nicht irgendwie die ganze Zeit attackiert werde. Ich meine, ich könnte auch einfach den Egnar hier löschen, aber, weißt du, denn Nostalgie halber gehen wir zum Anfangsscreen. Einfach mal, weil ich es kann. Wir haben alle Herzen, denn fast alle Items, die es gibt, glaube ich, hoffe ich, ich habe keine Ahnung. Aber werde erstmal noch angehauen, denn Nostalgie halber. Das muss so sein. Warte mal, ich muss nicht doch eigentlich hier runter und dann links, ne? Hm, dann machen wir das doch. Haut ab, haut alle ab! Okay. Schön, dass wir haben noch Heiltränke. Können wir zweimal verwenden. Und, ja. Dann steht eigentlich unseren glorreichen Sieg in diesem Spiel hier kaum noch was im Wege. Und zwar hat man persönliche Unfähigkeit, aber das lässt sich immer nicht ändern. Na, das ist halt so. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Ja, 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 ja. Ich kaufe jetzt keine Medizin. Ein andermal. So, hier hat alles angefangen. Und hier werde ich dann jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank für die Zuschauer. Und bis dann. Bis dann.